Das sind die Endmagie. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Yeah! Oh, ha, ha. Hallo, liebe Kinder. Sorry, aber ich liebe Schokolade. Und ihr? Also, hey. Schaut mal, schaut. Zeit für eine Party. Schaut euch all dieses Partyessen an. Das ist so lecker. Hey, wir haben Schokosplitterkekse. Törtchen, Törtchen, Törtchen. Oh, Donuts. Donuts, Donuts. Donuts. Und Muffins. Oh, ich liebe Muffins. Muffins, Muffins. Und ein großer Schokoladenkuchen. Oh, wow. Oh, Steve, was machst du da? Ich habe nicht vom Schokokuchen genascht. Doch, hast du? Ist bloß nichts vom Partyessen. Gehe jetzt die Ballons einsammeln. Ha, okay, Maggie. Ich gehe jetzt. Steve? Na gut. Ich nehme mir später einen. Frech, frech. Also, ich bringe jetzt das Partyessen weg. Los geht's mit dem Schokokuchen. Genau. Oh, dieses ganze Partyessen. Ich wollte nur einen Muffin. Maggie ist so fies. Oh, hey. Schaut mal hier. Das gibt mir eine Idee. Ha, ha, ha. Hallo, Jungs und Mädels. Mein Name ist Johnny, der Koch. Ha, ha. Also, zurück in die Küche für einen dieser leckeren Muffins. Yeah. Okay, okay. Johnny, der Koch ist hier. Hey, aber Maggie nicht. So, ho, ho. Schaut euch diese leckeren Muffins an. Welchen soll ich probieren? Was machst du? Wer bist du? Oh, hey. Hallo. Ich heiße Johnny. Ich bin der Koch. Ich dekoriere nur diese Muffins. Ich brauche keine Hilfe. Ich bin ein Experte. Oh, mit Zucker. Oh, lecker. Johnny. 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 Ja, Maggie. Isst du Zucker? Nein, Maggie. Schwindelst du? Nein, Maggie. Mach den Mund auf. Ha, ha, ha. Oh, Steve. Das bist du. Ja, Maggie. Das bin ich. Ich wollte doch nur einen Muffin. Steve, iss nichts vom Partyessen und geh, find eine coole Musik. Okay. Frecher, frecher Steve. Sieht so aus, dass ich das ganze Partyessen verstecken muss. Hm. Na ja, das hat nicht geklappt, oder? Oder doch? Ha, 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 ha. Maggie hat diesen Muffin nicht gesehen. Hm. Lecker. Oh, aber Kinder. Habt ihr diese Törtchen gesehen? Oh, Törtchen. Ha, ha, ha. Oh, jetzt muss ich all diese Muffins zu Ende dekorieren. Oh, frecher Steve. Oh, tsch. Was ist das? Nein. Oh, tsch. Hey. Oh, schaut mal, schaut mal. Das sind Törtchen auf dem Tisch. Oh, ich liebe Törtchen. Ich probier mal einen, zu nehmen es mit. Ja. Oh, schau mal. Ich habe ein Törtchen. Hey. Was ist das? Alle zusammen. Pssst. Leise. Das ist ein Törtchen. Das ist ein Törtchen. Das ist ein Törtchen. Lecker, 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 schmecker. Hey! Steve! Oh, Steve! Ja, Maggie? Isst du Törtchen? Nein, Maggie! Schwindelst du? Nein, Maggie! Mach den Mund auf! Oh, Steve! Okay, Maggie, ich habe nur eines von diesen Törtchen gegessen. Die sind so lecker. Ist nichts von dem Partyessen. Und raus ist meiner Küche. Okay, Maggie. Sorry, Maggie. Jetzt muss ich diese Törtchen verstecken. Ha, gut. Packen wir die Kekse aus und verstecken sie vor Steve. Was für ein frecher, frecher Junge. Schaut mal, Maggie, pack diese Schokosplitterkekse aus. Oh, ich möchte einen von diesen Schokosplitter Keksen. Haha. Hey, wo sind sie? Oh, ich habe einen. Ah, ich habe einen. Hoho. Ich mag Schokosplitterkekse. Ich mag Schokosplitterkekse. Ich mag Schokosplitterkekse. Ich mag Schokosplitterkekse. Hm, lecker. Ich nehme mir noch einen. Haha. Oh. Oh, was? Haha. Steve. Au. Steve. Oh, Steve. Ja, Maggie. Isst du Kekse? Nein, Maggie. Schwindelst du? Nein, Maggie. Mach den Mund auf. Haha. Oh, Steve. Oh, es tut mir leid, Maggie. Aber die Kekse waren so lecker. Ich musste noch eine nehmen. Hör auf. Die Party fängt gleich an. Okay. Und keine Kekse mehr für dich. Du hast recht, Maggie. Ich verspreche, dass ich keine Kekse mehr nehme. Aber ich könnte ja einen Donut nehmen, oder? Haha. Okay. Zeit, das ganze Partyessen vorzubereiten. Genau. Packen wir die Donuts aus. Genau. Hihi. 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 Hi Oh, Steve isst mal wieder sehr frech. Ertappen wir ihn dabei, wie er die Donuts isst. Also, los geht's. Donuts, Donuts, Donuts. Hey, Steve. Oh, Steve. Yo, Maggie. Isst du Donuts? Nein, Maggie. Schwindelst du? Nein, Maggie. Mach den Mund auf. Oh, oh, oh. Oh, Maggie, du hast mich schon wieder ertappt. Sei nicht so frech. Raus aus meiner Küche. Die Party geht los. Und ich muss den Kuchen fertig machen. Ah, der Kuchen. Hm. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Yeah. Oh Mann, was für ein großer Schokokuchen. Aber er braucht Streusel. Yeah. Wartet mal, wo ist Steve? Ich kann ihn nicht sehen. Schnell, die Streusel. Genau. Oh, gut. Maggie ist weg. Diesmal erwischt sie mich nicht. Schaut euch diesen leckeren Schokokuchen an. Ha, 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 ha. Oh nein, sie kommt zurück. Streusel, Streusel, Streusel. Ha, ha. Toll. Steve war nicht da. Streusel, los. Hi, hi, hi. Spitze, Spitze. Was für einen spitzen Schokokuchen. Oh nein, ich habe die Kerze vergessen. Oh, super. Danke, Maggie. Jetzt sind die Streusel auf dem Schokokuchen drauf. Mh, lecker. Oh nein, sie kommt zurück. Aha. Hi, hi. Eine Kerze für meinen Kuchen. Oh nein, ein Kuchen. Wo ist Steve? Steve? Oh nein. Oh nein. Nein. Also, ich hatte recht. Er ist lecker. Steve, oh Steve. Ja, Maggie. Isst du Kuchen? Ja, Maggie. Ja, ich esse den Kuchen. Frischer Junge. Es tut mir wirklich leid. Sorry, Maggie. Bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Tschüss. Tschüss. Und hey, wenn es euch gefallen hat, dann gebt ein Like. Und wenn ihr wollt, abonniert uns. Oder schaut einen weiteren Steve und Maggie Clip an. Genau. Maggie, möchtest du Kuchen? Ja. Oh, der ist so lecker. Hi, hi, hi. Tschüss.